So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Server-Troll und heute möchte ich mal jemanden trollen, der einfach nur gerade ziemlich unfair ist, nämlich der Sommer-D und seine Kumpanen. Ihr seht schon, der Sommer-D hat eine komplette Diamantrüstung verzaubert, alles dies, das. Und er kämpft hier die ganze Zeit gegen kleinere Spieler, die momentan gar nicht so gute Rüstung haben, was ich ziemlich unfair finde, und er deswegen getrollt werden wird. Ja, und zwar werde ich jetzt einfach mal die Seiten vertauschen, dass sich den anderen Spielern, die momentan noch so klein sind und gar nichts haben, die Diamantrüstung gibt und der Sommer wird gar nichts mehr haben. Damit er mal weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Aber ich werde mich erstmal auf dem TS entmuten. So, übrigens, ich spiele den kleinen Nikolas und bin auch der Sommer, also ich gebe mich als der Sommer aus, ich bin es natürlich nicht. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Wer ist wieder da? Der Sommer, also Nikolas. Ja, das ist lang, lang, lang. Soll ich mal aufhören, euch zu killen? Ja. Wirklich? Ja. Irgendjemand schießt mich mit Blitzen ab. Hasskalter. Boah, das ist voll unfair. Kein Schasskalter, weil... Mann! Warum schießt ihr mich mit Blitzen ab? Ich glaube zumindest das alte... Mann, ich bin gestorben! Alle meine Sachen sind weg! Speedig, du warst das! War das? Minecraftler, du warst das! Hast du meine Sachen geklaut? Nein, ähm... Nein, ähm... Wenn ich die finde, dann nehme ich sie und... Okay, okay. Äh, wo bist du ungefähr gestorben? Ähm, bei so einem Holzhaus. Weißt du? Ich hab, äh... Ich hab, äh... Na, aber da ist noch... Wie bitte? Also hier, das ist das Holzhaus. Ja, und darin bin ich gestorben. Ach, mein Puh hat die Sachen... In dem Holzhaus bin ich gestorben, du musst ins Haushalt gehen. Geh da bitte mal rein. Vielleicht sind da noch meine Sachen. Bitte, 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 bitte. Ja, ich hab die dir... Was hast du dir mir gegeben? Hast du die Sachen echt? Ja. Danke. Ey, der Windige ist keif mich an. Ja, der Sonny. Oh, der tötet alle. Warte, ich töt ihn jetzt, ich töt ihn jetzt. Ich töt ihn jetzt. Ich mach ihn kaputt. Wo? Hm, was? Ich töt ihn jetzt mit mir, Tim. Joa. Joa, 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 joa. Wir machen Team. Okay. Ähm, äh, dann... Das war Speedy. Wie bitte? Ich mein, Speedy, der ist auch weg, glaub ich, ja. Mann, die schießen wieder mit Blitzen. Anziehen. Wie bitte? Das ist Windy, der vorhin alle getötet hat. Aber der, der, der... Ich hab mit dem jetzt Team gemacht, also der wird uns jetzt nicht mehr töten, glaub ich. Hoffe ich mal. Jedenfalls voll assi. Ach, hat er deine... Hat er deine Diarrösung, weil ich hab dir die komplette Diarrösung gegeben. Ja, er hat jetzt einen Teil von meiner Diarrösie, voll unfair ist das. Und ich will ihn jetzt töten. Aber erstmal hab ich mit dem Team gemacht, so, 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 ähm... Also, dass ich so tue, weißt du? Ja, dann später in den Tag gehen. Auf und auf. Das sind Creeper. Das sind überall Creeper. Wieso machst du der Creeper hin? Mach das nicht. Die sind die Spawn genau da, wo du bist. Ja. Kann das nicht. Ja, wer ist die Creeper? Ja, ahnung. Das war... Alter. Alter, wenn Windy gestirbt, dann ist meine Rüstung weg. Nein. Natürlich, wenn es explodiert. Das sind tausende Creeper. Alter. What the fuck? Das ist unfair. Wer spawnt die? What the... Minecraftler, lebst du noch? Minecraftler? Bin verrekt. Okay. Ähm... Kommst du zu mir? Weil dann kann ich dir, wenn Winikis auch stirbt, kann ich dir seine Sachen geben. Oder kann ich dir jetzt meine Eisenrüstung geben. Weißt du? Das würde ich sogar machen. Also, ähm... In unserem Team sind irgendwie auf jeden Fall Pyromen. Äh... Und, äh... Halt... Die Gilde Masterblock LP... Ich bin gestorben. Meine ganzen Sachen liegen jetzt auf dem Meeresgrund. Alter. Worin sie laufen? Das ist voll unfair. Nur weil ich vorhin immer die ganzen Leute getötet hab. Alter. Ich wollte doch nur Geld haben. Das ist voll unfair. Wie viel Geld hast du? Also, in my end, er auf dem Server meine ich. Ein und 80. Ich hab grad 47 nur. Und ich hatte mal viel mehr. Ja, aber man stirbt, verliert man auch was. Ja, aber ich sterbe an dauernd jetzt. Das ist voll unfair. Bin vorhin nie gestorben. Da hab ich ihm alle gekillt. Und ich hatte auch vollenchantete Rüstung, wie du gesehen hast. Das ist richtig unfair. Kannst du mir meine Sachen wiedergeben? Minecraftler. Ich musste suchen, Mann. Ja. Du musst da auf die Insel gehen, wo die Creeper explodiert sind. Und da liegen die ganzen Sachen. Also da neben der Insel. Müssten die alle liegen. Ich hab auf jeden Fall sehr viel Schwarzpulver auf dem Boot. Ja. Warum stirbst du immer? Du sollst mir doch meine Sachen wiedergeben. Alter. Wieso, wieso, wieso gibst du mir nicht meine Sachen wieder? Ich will doch erstmal, äh, auch die jetzt mal suchen. Wie bitte? Ich muss sie auch erstmal suchen. Ja. Aber ich hab richtig lang dafür gefarmt. Weißt du, wie viele Spieler ich töten musste, um die Sachen zu kriegen? Das hat richtig lang gedauert. Da musste ich richtig viel hacken. Und griefen. Dann hab ich das bekommen. Ich bin richtig lang gelaufen. Und dann hab ich irgendwann so ein Haus gefunden. Und da waren die Sachen drin. Und da waren aber richtig viele Spieler, die ich auf dem Weg töten musste dafür. Minecraftler? Wir machen einen Deal, okay? Ja. Du gehst mir die Sachen wieder und ich werde dich nicht angreifen. Jedenfalls heute nicht. Jedenfalls heute. Wie bitte? Okay. Du gehst mir alle meine Sachen wieder und ich greif dich heute nicht an. Warum gerade nur? Wie bitte? Was? Warum nur heute nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich brauch halt Geld in Minecraft. Und wenn nur du da bist. Deswegen sollte ich mir ja meine Sachen wiedergeben, damit ich wieder Leute killen kann. Und sonst kann ich das nicht. Wenn du mich killen willst, dann kann ich auch einfach meine Sachen... Boah, liegen die Sachen da noch? Nein, sie liegen die auf dem Weg. Die lagen... Die müssen auf der Insel sein. Auf dem Weg. Oh Gott. Das hat richtig lange gedauert, die zu farmen. Das ist richtig unfair. Alter. Meine Sachen sind weg. Das weißt du, wie lange ich dafür brauchte? Hattest du auch schon mal Diamantsachen? Minecraftler? Ja. Wie viele? Weißt du, wie unfair das ist? Das ist... War eigentlich... So was von... Das ist doch total gemein. Oder ich hab... Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur Leute gekillt und Sachen geklaut und dann werde ich getötet. Wenn hier PvP an ist, ist das... Muss das ja eigentlich auch erlaubt sein. Ja, aber es ist voll gemein. Da ist Windy Cass. Hat er meine Sachen... Alter, töte ihn. Töte ihn, wenn er meine Sachen hat. Kannst du bitte töten? Bitte. Der hat das... Der hat Diaschwert. Ja, das sind meine Sachen. Tötest du ihn bitte? Das Problem dabei ist, ich... Töte es eh. Wie bitte? Ich hab keine Sachen. Ich hab keine einzigen Sachen. Das... Bitte töte ihn. Da hinten musst du ihn töten. Wie bitte? Wir töten ihn jetzt zusammen. Okay, okay. Ich suche noch nach meinen Sachen. Vielleicht liegt noch was auf dem Boden. Leute, da steht mein Kast. Ich töte dich, hä. Was? Gibt es da einen denn genauso als wie du? Ja, da stand es im Chat. Ich tötete... Irgendwie... Ich glaube, Windy Cass hat... Was hat der? Ich glaube, Windy Cass hat den Hack das... Und... Was hat der? Den Hack... Ist ein Hacker? Glaube ich, weil... Weil er hat da... Weil... In unserer Nähe war der immer, wo diese Sachen passiert sind. Stimmt, das ist Windy Cass. Er macht jetzt wieder Blitze auf uns. Das sind getötet. Das sind getötet. Aber seine Sachen sind nicht da. Alter... Wo sind meine Sachen? Ich will meine Sachen wieder haben. Windy Cass Hack, das müssen wir aus Calter melden. Lass ihn anschreiben. Hast du ihn bei irgendwo? Ja, ich hab ihn in Skype. Schreib ihm das jetzt sofort. Sofort. Ich muss Skype starten. Scheiße, wo ist mein Skype? Der muss gebannt werden. Windy Cass muss gebannt werden. Ich weiß nicht, wo mein Skype ist. Scheiße. Schnell. Er hat das geschlossen. Schnell, ich will meine Sachen wieder haben. Ich will heute noch nachher. Hast du auf Skype? Nee. Ich darf das nicht von meinen Eltern. Kann aber in TeamSpeak irgendwie als... Leute als Feuillen markieren. Als Spudy markieren. Ja, dass ich... Ich markiere dich mal als Spudy. Und dann können wir... Wenn wir die Sachen wieder haben, können wir die Leute töten, okay? Und die... Aber die, mit denen ich... Wie töten wir nicht? Ähm, die Leute, mit denen ich ja auch schon so geteamt habe, Töten wir natürlich nicht. Okay, okay. Aber ich darf sie dann töten, oder? Naja, am besten nicht, weil sonst... Hä, wieso nicht? Weil, ähm, wir können ja auch mit den Team, die sammeln, auch eigentlich auch recht mit Eisen und so. Dann, äh, können die uns immer... Bist du gerade afk in Minecraft? Zufällig? Ja, ich muss ja Skype starten. Ich will nicht an. Soll. Einfach Leben verloren. Was? Also ich hätte dich gerade ein bisschen geschlagen. Äh, ich wollte nur gucken, ob du auf K bist. Was? Skype ist da. Es ist kalt, aber es ist off... Es ist kalt, es ist offline? Ja, in das Real-Vatrin. Kannst du dich trotzdem irgendwie anschreiben, oder so? Ja, kann ich trotzdem, aber der wird das... Sag ihm das, sagen ihm das bitte, sofort. Sofort. Der muss das wissen. Sofort. Weil ich will meine Sachen wieder haben. Für 500 Diamanten hatte ich... Lass ihn sagen, dass ich 400 Stacks Diamanten hatte. Dann kriegen wir 400 Stacks wieder. Ja, als ob 400 Stacks, ne? Können wir doch sagen, kann doch sein. Oder 400... 400 Stacks Diamantenblöcke. Das ist noch mehr. Okay? Ja. Aber nichts übertreibend, merkt er das. Ja, was ist denn übertrieben? Ähm, da ist ein Eismann. Was ist das? Der hat das Böse. Töte ihn. Töte ihn schnell. Töte ihn. Töte ihn nicht. Ich hab nur ein HP. Nur ein Herz. Dann töte ihn nicht. Lenden kommt er. Das ist Windi, Kesser will sich rächen. Pass auf. Renn weg. Renn weg. Er tötet dich. Er tötet dich. Pass auf. Er hat mir einfach Leben verloren. Ja, warte. Hä? Minecraftler? Hä? Wo bist du? Ähm, warte, ich komme. Du sollst kommen. Hä? Kannst du, kannst du, ähm... Kannst du mir meine Rüstung jetzt wiedergeben? Oder ist das kalte online? Ja, besser nicht online. Wir müssen den Windi, Kess auf jeden... Oh, Windi, Windi, Kess hat... Windi, Kess hat mir grad MS geht. Dass, dass er dich töten will. Und dann... Und dass wir... Dass, 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 dass... Dass er mir dann alle meine Sachen wiedergibt. Weil er hat sie in seiner Ender Chests, hat er gesagt. Nur wenn er mich tötet. Ja, er hat gesagt, dass wir ihn jetzt gemeinsam töten sollen. Und er mir dann meine ganzen Sachen wiedergibt. Ja, okay, komm, ich hab eh keine Sachen... Ja? Aber er meint immer. Also wir sollen dich immer töten, meint er. Und dass wir Team werden sollen. Oder warte, ich frage ihn mal, ob wir, ob wir, ähm, zusammen irgendwie... Also, das zu dritt, weißt du? Das fände ich mich cool. Peter, am Ende hintergehen wir ihn. Ja. Das wäre richtig cool. Oder, genau, wir tricksen ihn aus. Das wäre richtig cool. Oh, das machen wir. Wo bist du? Du musst mal kommen. So, 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 sind die nachher weg, weißt du? Das wäre voll blöd. Weißt du, warum ich der Solmer heiße? Wieso, da... Weil ich wollte mich eigentlich Doktor zum Mannemarsfaschen vergeben. Voll blöd. Okay, warte. Auf drei gehen wir auf Windikest, okay? Nein, jetzt, noch nicht später, wenn er deinen Sinn gegeben hat. Hm? Später, wenn er deine Sinn gegeben hat. Ja? Warte, ich hab noch ein Lava-Eimer. Wollen wir das da reinkippen? Erst mal nur unsere Sachen, deine Sachen, die... Nee, wir können einfach die Lava einmal da jetzt... Oh, nee, ist rausgegangen. Oder lass ihn da mal rein und locken. Irgendwie. Guck mal, er baut sich hoch. Der will irgendwas Böses machen. Bau ihn ab, bau ihn ab, bau ihn ab. Hä? Hier hat irgendjemand Lava gesetzt. Ich bin gestorben. Mein Craftler? Ja? Ich bin gestorben, jemand hat hier Lava gesetzt. Und ich hatte Diamanten im Inventar. Weiß wie blöd das ist? Das ist richtig unfair. Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich das hackt, kann ich mir... Kann mir... Boah, jetzt sind meine ganzen Sachen weg, wenn... Boah, Mann. Und die ganzen Sachen sind weg. Das war noch unfair. Weißt du, ich hab richtig lang gefahren und die sind jetzt weg. Weißt du, wie unfair das ist? Da fahren wir mal richtig lang und das ist alle ganz jemals weg. Krieg ich jetzt nicht wieder. Und das ist nur wegen diesem Windy Kiss. Minecraftler? Minecraftler? Ja? Kannst du mir bitte die Sachen wiedergeben? Wie alt bist du jetzt eigentlich? Wie bitte? Wie alt bist du eigentlich? Das will ich nicht sagen. Wieso? Was denkst du denn? Minecraftler? 12, 14. Ich bin 13. Wir müssen dann... Hm? Wir müssen deine Sachen schon wiederieren. Wirklich? Versprichst du mir das? Wenn du mir das versprichst, dann... Dann... Dann glaube ich dir. Und dann werde ich dich nie angreifen. Wir werden es versuchen, alles zu geben. Ich werde schon wieder mit Blitzen beschleunert, Alter. Oh, dieser Windy Kiss. Er soll gebannt werden. Schreib was Kalte sofort an. Ich hab ihn schon angeschrieben. Das ist voll gemein. Ich hab keine Lust mehr. Das ist wirklich... Kannst du mir bitte so ein Lied singen? Windy Cass? Ich hab das jetzt... Okay, danke schon. Windy Cass, kennst du ein cooles Minecraft-Lied, was man jetzt singen kann? Damit es wieder besser geht. Warte, warte. Minecraftler? Ja. Kennst du das eine Lied aus der einen Gronkh-Folge, wo Gronkh... Also das war, glaube ich, in Folge 418, wo Gronkh von diesen Enderdrachen getötet worden ist. Und er dann gesungen hat, bitte, 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 gebt mir meine Sachen zurück. Und dann hat er die Sachen auf einmal wieder. Kenn ich nicht. Ich hab Gronkh noch nie geguckt, weil, ehrlich gesagt, ich mag Gronkh jetzt nicht so. Aber ich find ihn voll cool. Wollen wir das Lied singen? Vielleicht kriegen wir dann die Sachen zurück, weil bei Gronkh hat das auch funktioniert. Ich hatte nämlich mal die Errüstung, der war voll stark und so. Und dann ist er gestorben und dann hat er das Lied gesungen und dann war ich auf einmal wieder da. Singst du mit mir? Naja, ich hab jetzt... Bitte. Vielleicht klappt das ja. Komm schon. Nur versuchen, bitte, tu's für mich. Ja, das Lied. Also, warte, ich sing und du, 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 du machst mit, okay? Oder kannst du das vielleicht bei Gronkh von Gronkh anmachen? Nee, 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 ich weiß nicht mehr, auf welche Minute das war. Ich glaube, das war 418, aber ich bin mir nicht sicher. Singst du mit? Okay. Also, bitte, 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 gib mir meine Sachen zurück. Aber, ich hab das all, was kann ich mir sagen, wenn er ankommt, dann, ähm... Okay, bitte, 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 Ende Dragon, gib mir meine Sachen zurück. Sing mit, sing mit, sing mit, bitte, bitte, Windy Cass, gib mir meine Sachen zurück. Sing mit, sing mit, sing mit, bitte, bitte, du auch. Sing mit, sing mit, sing mit, du sollst mit singen. Ja, ich schreib gerade noch was. Ja, sonst klappt das nicht, jetzt sing. Bitte, bitte, bitte. Bitte gib mir meine Sachen wieder. Weiter. Bitte, bitte, bitte. Gib mir meine Sachen wieder. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Jetzt bist du. Bitte. Ich hab meine Sachen wieder. Minecraftler? Ich hab's auch bekommen. Ich hab meine Sachen wieder. Ja! Ja! Wie geil. Geil. Aber ohne Schuhe. Geil. Minecraftler? Wir sind jetzt so OP. Lass mal Windykes gleich töten. Obwohl, nee, der hat uns ja jetzt die Sachen wieder gegeben. Wie bitte? Ich wusste doch, der Song hilft. Kennst du den? Kennst du auch den Song von Gronkhur, wo er dieses Monster da besiegt? Dieses weiße Monster in dem Neta? Also, ich hab gesagt, ich hab... Achso, das hätten wir auch... Oh, nee, den weiß ich auch nicht mehr. Aber Minecraftler? Weißt du was? Was? Äh. 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 Ich muss dir was sagen. Ja. Ich habe jetzt so viele Sachen und brauch wieder Geld, ne? Und weißt du, was ich deswegen gleich machen werde? Ja. Weißt du, was ich deswegen jetzt machen werde? Weißt du? Ey. Ähm, warte. Wann ich mich jetzt killen, ne? Du weißt schon, Minecraftler, was ich jetzt vorhabe? Okay. Weil ich habe ja jetzt meine Sachen wieder, ne? Und weißt du, was ich jetzt vorhabe? Was versprochen, du killst mich nicht. Wie bitte? Was versprochen, du killst mich nicht. Jetzt habe ich meine Sachen und du nicht. Und daher bin ich der Beste und du nicht. Und weißt du, was ich jetzt sage? Ich sage jetzt einfach Tschüss. Und du kriegst deine Sachen nie wieder. So, Leute. Das war es dann aber auch mal mit diesem etwas anderen Troll. Genau. Ich habe ja diesmal einfach mal eine Marionette benutzt. Nochmal danke an der Sommer. Der gleichzeitig getwollt war. Aber auch meine Marionette war, da ich mich als dieser der Sommer ausgegeben habe. Was einfach ziemlich genial geklappt hat. Ne? Dieser Minecraftler, der bekommt jetzt nochmal ordentlich Diamanten. Der kann sich nochmal zwei Stacks abholen jetzt. Ne? Hat er verdient, finde ich. Ne? Oder wenn ihr meint, ne? Er hat was anderes verdient. Dann schreibt mir eure Belohnungen für ihn in die Kommentare. Ansonsten, ja. Wenn ihr weitere Ideen habt für Trolls, dann schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Troll.